Was ist Nationalsozialismus? Wo kommt das her? Was sind Nazis? Was denken die heute? Wo kriegen die Geld her? Woran erkennt man die? Das sind auch wichtige Themen, die zum Kick rechts weg dazugehören. Und die Leute, die hier Fußball spielen, sind eben unisono der Meinung, schöner Leben ohne Nazis, kein Platz für Nazis. Und wir glauben schon, dass das hier im öffentlichen Raum direkt einer Kreuzung einfach auch der richtige Ort ist, um so eine Message zu vertreten. Das Zusammenleben in vielen Sachen sehr schwierig geworden ist. Das Verständnis untereinander und das Akzeptieren gegenseitig. Und deswegen finde ich das schon wichtig, dass man mit Sport versucht, die Menschen zu verbinden. Es geht hier um die Frage, gegen wen richtet sich eigentlich Nazismus heutzutage? Gegen was muss demokratische Gesellschaft sich verteidigen? Woher kommt eigentlich die Unterstützung für die Nazi-Organisationen? Und das ist etwas, was hier in dieser Ausstellung dokumentiert wird und wo die Teilnehmenden sehr lebendig und sehr lebhaft, zum Teil auch kontrovers darüber diskutiert haben. Kick rechts weg in Kombination auch mit politischen Widerstandskämpfern, die sagen, man kann sich gegen Ungerechtigkeit aufbäumen. Man kann sich einsetzen für die Demokratie sozusagen. Und auch wenn das hier leider nicht direkt gelungen ist, ist ja trotzdem eine politische Persönlichkeit hier in Nordhessen, die es mehr zu beachten gilt. In der außerschulischen politischen Bildung auf jeden Fall. Oder hier für junge Menschen auch, die sagen, Mensch, buhle Geschichte. Ich bin auch bei Respekt TV, das ist ein gemeinnütziger Verein, um es kurz zu sagen. Ich bin mittlerweile der Ausbilder. Wir bilden Jugendliche aus zu Konfliktmanagern. Und Konfliktmanager, um es kurz zu fassen, sind letztendlich Leute, die ausgebildet werden, die Vorbilder in ihren Vierteln werden und anderen Jugendlichen halt zeigen, dass man in der Gesellschaft respektvollen Umgang pflegen sollte. Und natürlich sind wir auch dazu da, in erster Linie Zivilcourage zu zeigen, für den Fall, dass man was sein soll, dass wir auch eingreifen und nicht nur zusehen. Zwei Minuten vor dem Spiel müssen wir die Regeln festlegen, weil hier wird ohne Schiedsrichter gespielt. Es zählt ja auch Fairplay. Und dann sollen wir das selber regeln, wie viele Spieler spielen. Also Fairplay-Regeln, zum Beispiel jetzt ein paar Regeln, sage ich jetzt mal, Shake Hands vor dem Spiel und nach dem Spiel. Keine Beleidigung, wenn mal jemand gefoult wird, dann wieder aufheben. Wir sind schon zum dritten Mal hier. Die letzten zwei Jahre waren wir erfolgreich zum ersten Platz. Jetzt wollen wir heute wieder gewinnen. Wir sind SAPIK-TV. Ja, uns macht Spaß, jetzt ein bisschen zu kicken mit anderen Leuten. Wir kennen zwar nicht viele, aber hat schon ein bisschen Spaß gemacht heute. Ein gutes Projekt hier gegen die Nazis hier vorzugehen. Kick rechts weg. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017